Heyo und willkommen zum, ich gehe davon aus, dass es die letzte Aufnahme-Session wird von Grim Tales 1, die Braut. Wir sind kurz vorm Ende, beziehungsweise uns wurde gesagt, wir haben nur noch eine Erinnerung von Pyke. Und ich hoffe doch, dass wir, was haben wir schon gesagt? Ah, wir haben die Rose bekommen, wir haben die Rose bekommen, wir haben die Rose für die Tour bekommen. Und ich hoffe natürlich, dass wir die, oder beziehungsweise das Rätsel um den Tod oder Nicht-Tod von blablabla lösen können. Wir haben einen Key, der alles ist, aber kein Key. Wir wissen allerdings, oh, also, äh, 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 bedwanzen. The Stairway, the Demon now, what? The Stair's just here, what's going on here? Ich hätte gern das mit dem Demon, bitte. Aha, ähm, wir haben also ein, Blattläuse heißen die Viecher, Holzwürmer, was weiß ich, kaputt, kann ich da, nein, fast, Key, nein. Bist du, nein, jetzt beginnt wieder, ich wollte eigentlich hoch und, hoch gehen. The Stair's just here, what's going on here? Ja, was weiß ich, was hier vor sich geht. Eventuell hat Pike keine Lust, dass wir seine Rätsel lösen. Bei Piano fehlt mir eine Taste, ne? Ne, da fehlt mir eine Notenschlüssel, noch schlimmer. Okay. Door. Ah, der braucht ja eine Lanze oder so, ne? Kann er nicht sein Schild kriegen? The Knights guard the door, but they will turn the spear, ja, okay, Speer. Der will einen Speer haben. Ansonsten haben wir hier unten ja nichts. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall was im Haupthaus haben. Oder nach, guck mal, die Uhr. Oh ja, Minispiele. Find the matching pairs, pointing the hands at two objects that are logically connected. Also, wir müssen Paare finden, die logisch miteinander verbunden sind. Das heißt, okay. Ja, also, Schiffsruder und ein Anker. Ähm, was haben wir noch? Okay, Malkasten und Pinsel. Banane und Ananas. Hier, wie heißt das? Köcher? 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 Ich weiß nicht, was das ist. Und Bogen dazu. Also, ne? Musik, Note und Gitarre, ein Schloss und einen Schlüssel. Und ich kriege Uhrzeiger. Geil, weil das, was ich von der Uhr klauen wollte, sind die Uhrzeiger. Clockhands. Haben wir hier noch irgendwo eine Uhr gehabt? Ja, die Stufen sind verschwunden. Die Treppe ist verschwunden. Na ja, natürlich. 10 von 10 ungünstig. Ne, bringt mir nichts. Kann ich die Uhrzeiger nicht als... Ja, ha, ich wusste es. Als Speerdinger benutzen. Als Speerspitzen. Und dafür brauchen wir das Dreieck. Nice, nächstes Minispiel. So, was haben wir hier? Info. There are leads on the right and on the left borders of the field. Close the circuit by rotating the three sections using the... Ja, also das heißt, wir müssen... Drillt sich immer nur einer. Gut, das funktioniert ja. Wir machen das erstmal so. Für mich würde das jetzt logisch passen. Oder darf es gar keinen Ausgang geben. Also muss es geschlossen. Muss es ein geschlossener Kreislauf sein. Dann nehmen wir doch mal... Das sieht sehr gut aus. Und tauschen dann hier... Na... Das da. Okay, jetzt muss ich nur noch das da tauschen. Also wenn ich einen Einer hätte... Oh, gut. Das war ja doch dann sehr simpel. Uh... Zum Keller. Flu. Boah, jetzt geht die Mucke ab. Und wir haben eine Truhe. Lion's Head. Ein Löwenkopf. Natürlich ist hier auch ein Schloss. Ein Tomahawk. Eine Wolke und ein Hase. Two Wall. Shield. Guck mal, das Shield können wir öffnen. Das haben wir. Und nächstes Minispiele. Boah, wir brettern jetzt aber auch. Zack, 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 zack. Press the buttons in alphabetical order. You must choose consequence letter from the same arc or radius. A. B. Da ist kein C drin. Muss ich auch passen, okay. So, warte. Wenn ich das C nehme, kann ich kein D nehmen. Wenn ich das C nehme, habe ich auch kein D. Habe ich hier noch ein anderes C? Oder verstehe ich das gerade falsch? Doch, klar, warte. Ja, C, D, E, F, G. Ha, hab mich erplayed. Wo ist ein H? Was passiert, wenn ich auf etwas falsch drücke? Okay, also nochmal A. Dann nehmen wir das B, bleibt dabei. Ob ich das C oder das C nehme, schenkt sich nicht viel. Nehmen wir das C. Habe ich hier noch ein anderes D? Ich könnte noch das D nehmen. Da habe ich aber kein E. Also nehmen wir das D. Haben dann das E oder das E. A, B, C, D, A, das gehört nicht dazu. Okay, E, F. Jetzt brauche ich ein G, ne? Aber wenn ich, ach, G, H. Ich bin einfach dumm, es tut mir leid. Ähm, was ist ein I? I, J. Hallo? K. Ist hier ein K? K, 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 K. Hätte ich ein anderes J nehmen können? Wenn ich das I nehme. H, I, J, K. Ist hier, oder? Bin ich jetzt einfach geistig auf der Höhe? Ich brauche ein K, oder? Aber ich kriege kein K. Okay, also A, B, C. Bringt mir das D etwas? Wenn wir einfach mal D, E. Dann kriege ich kein F hin, ne? Okay, geht also doch nicht. Also A, B, C, D, E. Ich glaube, das ist auch falsch markiert. Das müsste doch jetzt das hier mal markiert sein. Ah, ist ja egal. F. A, B, C, D, E, F. Ich brauche mal. G, H. Der Fuck. Habe ich nicht aufs H gesagt? A, B, C, D, E, F, G, H. Meine Fresse. So, jetzt muss es. H, I. Ich kann das I nehmen. Ich habe nicht getroffen. Alter, A, B, C, D, E, F, G, H. Ich habe safe auf das H gesagt. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Von dem J komme ich aber nicht auf ein K. Oder bin ich dumm? Ne, ne? Und ein anderes J haben wir hier nicht in der Reihe. Ne, Info hilft mir jetzt auch nicht. Ich skippe mich das jetzt auf keinen Fall. Wir machen das mal rückwärts. Also. Ach, das ist ABC rückwärts. Das kriege ich nicht hin. Ohne, jetzt schreibe ich mal kurz das ABC auf. ABC rückwärts schafft doch kein Mensch, Alter. Habe ich einen Stift, ja. Also A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So. So. Z, Z. Also Z. Dann vom Z brauchen wir ein Y. So viel Y kann es ja gar nicht geben. Das heißt, wir gehen auf das Y jetzt einfach mal. Von dem Y aus brauchen wir ein X. haben wir da das X. So, dann kommt ein W. Von dem X können wir. Bin ich gerade vom Z auf das Y gegangen? Nein, warte nochmal. Z. Y. X. W. Von dem W. Kommen wir schon auf kein R. Okay, haben wir mit dem X noch ein W. Das ist kein R, das ist ein V, Chris. Du bist einfach dumm. Okay, von dem W auf ein V. Ich kann meine Schrift nicht lesen. Ich wollte gerade sagen, das passt nicht an U. U ist da. Von dem U auf ein T. T. S von dem T auf ein S. Von diesem S auf ein R. Da. Von dem R auf ein Q. Oder ein OPQ. Ja doch. Von dem R auf ein Q. Wo ist denn hier ein Q? Ist hier überhaupt ein Q drauf? Ich finde gerade. Da. Also hier wäre ein Q. Wir sind aber bei dem R. Da kommen wir nicht hin. Das ist doch das einzige Q, wo wir. W. Warte. Bei dem V waren wir. Von dem V komme ich auf das U. Bei dem U gibt es nur das T. Gibt es im T-Ring jetzt noch ein anderes S außer das? Nein, es gibt nur das S. Dann bleibt uns rein theoretisch von diesem S. Hier ist kein. Bleibt hier nur das R übrig. Press the buttons in alphabetical order. You must choose consequent letters. Also vom gleichen Ring. Was soll ich da starten? Wir starten einfach da A, B. C. D. D. Kommt auf kein F, ne? Schade. Aber warte, der Start war gar nicht mehr so schlecht. Andere. A, B, C, D, E, F, G, H. Hämme ich aber wieder da, ne? I, J. Ich habe doch nur Tier Ks. Ich komme auch hier hin. Wenn ich auf das E komme. Wie komme ich auf das E? Okay, warte mal. Eventuell Plan. A. B, C, D. Da kriege ich kein F, ne? Da ist halt das Problem. Ich muss mit dem D auf diesen Ring kommen. Komm, ich habe hier ein D. Nein. Dann muss ich das D nehmen. Okay, warte, wir probieren es nochmal. A. B. Das C. Das D. E. F. Ja, nehme ich jetzt das G hier oder nicht? Habe ich überhaupt noch ein anderes G? G. G. H. I. J. K. Das sieht gut aus bis jetzt. Jetzt wollte ich nur noch ein L. Lass mich raten, das L wäre in der Reihe gewesen, ne? Ja, kann ich den rückgängig machen? Scheiße. Oh, ich habe mir das noch nicht gemerkt. A. B. Das C. D. E. F. Ne, ich hatte ein anderes G. Gurch das G? Doch, G. H. I. J. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. Nicht das S. Ah, ich habe kein anderes S. Von dem S komme ich auf kein T, oder? Doch. S. T. U. V. W. X. X. Z. Boah, dafür gibt es sogar eine Animation. Okay, das ist jetzt creepy. Kein Kommentar? Okay, also. Wir merken uns ABC-Rätseln. Nicht für mich gemacht. Ich bin deutsch. Nicht gut. What a cruelty. Someone's been imprisoned in this wall. Ach, siehe an. Jemand wurde eingestellt. Ja, das ist schön. Kann ich mit dir reden? Soll ich dir Essen geben? Bringen? Okay. Ich bin, der ist noch altos w ум. Einmal, du Morm тел, Bist du die? Ich bin, di sten. Bist du mir erinnern. Vielen Dank.